Sooo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Es geht weiter, öffnet zuerst die zwei Ventile. So, wer ist das denn? German Dallaire Deputy Director, aha, grün. So, aha. Ach, von dem haben wir keine Ahnung. Oh, das ist ein fetter. Wir respektieren sein Gewicht. Wir respektieren dein Gewicht. Oh, hallo. Guten Tag. Hallo. Hey. Da. Okay, das ist easy hier. Oh, Junge, what? Iiii, Alter. Wir verpissen uns. Du Dickerschen. Mal schauen, wo er ist. Guten Tag, der Herr. Hören Sie mal, ich will nichts kaufen. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Das sieht sehr gut aus. Wo aber wo? Es muss hier irgendwo sein. Scheiße, das sieht sehr gut aus. Da. Das ist nuclear wealth. Warm, easy. Oh, der Fang ja wie traurig. Den hat man uns genommen. Hammer. Alter, die Scheißtür. Oh, nein. Nochmal hängen geblieben. An der Scheißtür. Junge. Er findet draußen. Es ist ein Vater. Alter, Vater, wo ist der? Da, da. Ne, ach, fick dich, ich dachte, dass es rauskommt. Eww. Okay, essen. Du, Vater, willkommen. Suche, Vater, Martin. Uiuiui, was bist du denn? Lass mich in Ruhe. Oh, Martin, oh, hübsch hier. Was haben wir da? Für die Tür ist ein Schlüssel notwendig. Wir wollen doch gar nicht wieder rein, oder? Da haben wir auch noch was. Wie kann es draußen noch gruseliger sein als drinnen? Okay, wir machen das wieder an. Da ist das. Das klingt halt gar nichts, das Licht. How alive are you? Ich bin richtig alive. Hier hoppe ich auf. So, Notizen. Unser persönliches Kreuz. Viel Spaß beim Lesen, zurück. Komm schon, irgendwas muss doch hier aufgehen. Vielleicht übersehen wir ja irgendwann einen, der aufgeschrengt wurde. So, Batterie bitte. Oh Gott, er klingt ganz wie eine Frau. Mit Schaf. So, wir schlafen hier jetzt. Ne, Quatsch. Batterie. Oh, Schlüssel. Für den Wartungsschuppen. Wunderschön draußen. So. Oh, 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 oh. Wartungsschuppen. Hab keine Angst. Dieser Pfade auf, Alter. Warum muss der das so dramatisch machen? Fast so, als ob der uns gar nichts Gutes tun will. Aber nur so tut. Ohne Witz, wie hat er das so lange überlebt? Mann. Lol. Wer bist du denn? Wir konnten das Ding jetzt nicht öffnen. Wir konnten das Ding jetzt nicht öffnen. Boah, ich hab so mega Schiss. Alter, mein Herz ist so richtig warm irgendwie. Okay. Okay, wir springen da. Hopp. Hallo. Was geht ab? Darf ich? Danke. Schönen Tag dir noch. Es war so klar, dass es hier ungefährlich ist, wenn der da schon so abchimt. Der Kranke, um sich zu beholen. Okay, hier runter. Hier hoch oder so. Nee, die gehen direkt wieder weiter hoch. Da können wir hoch. Oder hier lang. Hier lang. Aber wenn wir da runterfallen. Aber wenn wir da runterfallen. Was ist das denn? Nee, hier ist was. Mist, das war nur Regen. So, ey. Ach, die Batterie ist alle. Oh, gut, dass es abgeschlossen ist. Ich hab auch überhaupt keinen Bock. Ich habe ihn raus. Ich habe mich raus. Wir sind doch hier fast am Ausgang, oder nicht? Leute. Die chillen hier einfach alle. Warum ist das hier so gruselig? Das macht gar keinen Sinn. Oh. Hier runter. Bitte troll uns nicht spielen. Boah, der Stein der Busheit. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Komm, das schaffst du aber nicht. So, wo gehen wir lang? Geht das hier? Nein, not mine. Hmm. Hm. so hier runter so komm runter junge jetzt aber schnell bursche wenn der vater mache in der frauenstation doch toll hätten wir auch gleich schenken oder frauenstation nicht frauen das ist anders alter alter wo kommen wir denn jetzt da rein das muss also das muss schon drin sein gell oh nein wir sind wieder drinnen war ja klar ja benutze die oberen stockwerke um zu vater martin zu gelangen wir werden hier voll verarscht das ist gar kein fahrteil das sind so ein duke da war jemand da ist halt jemand ne da ist da 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 schließen nein da 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 aber sie verarschen uns nicht ja nee das ist voll die verarsche für den wäsche schafft werden drei sicheren benötigt der wäsche schafft mit einer person drinnen den wärter ok drei sicherungen fang mal rechts warte hier kamen wir her hier kamen wir doch her das ist zum verstecken was denn radioaktiv was ist jetzt für ein geräusch euch pray for revelation und dann loot wachkippe pray for revelation hast ne waffe ist aber nicht böse ob nicht tschüss wo batterie ist alle tschüss ne ach wie geht das auch so hopp da haben wir was zwei batterien wir hören was oh hallo junge lass mich in ruhe so wo kommt der uns jetzt hinterher wir warten etwas wir verlassen was ist das sicherung und das mochtest du nicht soll ich sie zurück geben gott das mag er nicht entschuldigung so schade das was ihn auf gebracht den armen man dann invite the warrider so was ist das invite the warrider ja immer batterie ne das ist die versicherung noch besser warte wie viele haben wir jetzt zwei haben wir was ist das was ist das batterie wir können hier die tür zumachen nur wofür so da kommt der weihnachtsmann her gut diesen ort besucht er nicht warum sollte er das auch ne hallo so wieder zurück in den raum wir nehmen diesmal das fenster und dann lässt er uns auch schon in ruhe will ich jetzt mal raten aber die musik läuft noch wo haben wir da was hier muss es sein aber die musik nervt oh er ist hier seht ihr was da ist es da 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 ja 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 der will mich graben perverser ey so tschüss tschüss okay das mag er gar nicht wir haben keine batterie mehr verstecken wir uns einmal mal so zack hopp bam bam er damit schnell schneller 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 hinterher 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 komm du kannst doch einfach rein kannst du nicht rein gott also er ist unten also er ist unten heißt wir gehen zurück so da warte da er könnte auch hier sein nein ganz nach unten kam er her so hier lang gut das aber erst in der nächsten folge das war es hier schon leute ich bedanke mich fürs zusehen passt auf euch auf haut rein